Auf Platz Nr. 10 haben wir PlayStories Tourtalk aus den Set Expedition in Hologramm. Ihr wisst, es gibt drei Versionen dieser Karte. Die Hologrammkarte, die Reverse-Karte und die normale Karte. Und hier haben wir die Hologrammkarte für 550$, welches ich persönlich finde, dass es relativ wenig ist für diese krasse Artwork. Im Jahr 2010 kam das Set entfesselt raus aus der Hard Gold Hard Silver Edition. Und diese Karte kostet hier 700$. Aber es ist eine PS9, wie ihr es sehen könnt. Es gab keine PC10 Verkäufe und es handelt sich hier aber um die Staff Promo Karte aus dem Set. Also eine Karte, die für die Mitarbeiter der Pokémon Company vorgesehen war. 700$. Wie gesagt, es gibt keine PC10 und deswegen landet diese Karte lediglich auf Platz 9. Secret Wonders kam im Jahr 2007 heraus. Und in diesem Set gab es dieses PlayStories in Hologramm. Und auch hier haben wir lediglich PS9 Aufzeichnungen für einen Preis von 760$. Ihr seht das auch hier, das Problem, die niedrige Population der Karten ist, da in dieser Zeit wenig gepuntet worden ist. Und es gibt einfach keine Leute, die zufällig eine Gemmint Tourto Karte zuhause rumliegen haben, weil die Printerflagge so niedrig war. Und deswegen sieht man auch kaum Verkäufe von PS10 Exemplar. Und ich kann euch hier nur mit der PS9 vertrösten. Zurück ins Jahr 2009 haben wir hier auf Platz Nummer 7 Tourto Karte aus dem Set Platin. PS10 diesmal für 800$. Also ja, die Karte ist einer PS10 und Hologramm. Und deswegen ist diese Karte vor den anderen Karten. Ihr könnt euch aber vorstellen, dass natürlich die anderen Karten, die davor kamen in PS9, um einiges teurer sind in einer PS10. Nichtsdestotrotz Platz Nummer 7 haben wir Tourto Karte aus Platin Hologramm. Auf Platz Nummer 6 haben wir Delta Species Tourto Karte. Eine ganz besondere Karte da, wie wir hier es nicht mit einem Wasser Tourto Karte zu tun haben, sondern mit einem Kampf Tourto Karte. Das macht diese Karte um einiges interessanter besonders. Und wir haben eine PS10 für 1000$ in Reverse Stamp auf Platz Nummer 6 in dieser Liste. Auf Platz Nummer 5 haben wir gleich zwei Tourto Karte. Wir haben zum einen aus dem Jahr 2004 aus Feuer, Rot und Blatt, Grün, Plastos EX für 2000$ PS10. Und wir haben aus 2013, aus der Schwarz und Weiß Zeit, haben wir das Shiny Tourto Karte, welches 2000$ kostet und vielleicht für viele unter dem Radar liegt, weil es nicht so populär ist, aber doch eine sehr einzigartige Karte ist mit dem Goldrand. Und ja, die Karte kostet in einer PS10 2000, aber PS9, PS8 ist nicht so teuer. Ein kleiner Geheimtipp für Tourto Karte, Fanzo nebenbei. Auf Platz Nummer 4 haben wir natürlich aus Team Rocket Dark Plastos. First Edition haben wir hier in Hologramm. Ihr wisst, wir haben auch die Non-Holo Version dieser Karte, aber ihr wisst Team Rocket, ich brauche nicht viel dazu sagen. Es ist einfach eines der populärsten Sets überhaupt und es sind auch sehr schöne Artworks drinnen. Und deswegen ist hier Tourto Karte auf Platz 4 in einer PS10 für 2500$. Auf Platz Nummer 3 haben wir Dark Plastos wie der Legendary Collection Reverse Holo für 3000$. Ja, Legendary Collection tritt sehr häufig auf in diesen Listen, da es eines der teuersten Sets ist und ein Display um die 50.000$ kostet. Hier haben wir die Reverse für 3000$ in einer PS10. Auf Platz Nummer 2 haben wir Play Store's B-Set Artwork aus B-Set 2 und ihr wisst, da sind eigentlich die Karten mit diesem Cosmo Foil. Ihr wisst, es gab ja diese Umstellung von B-Set auf das andere Hologramm und hier haben wir quasi diese Version von Play Store's für 3750$ in einer PS10. Und ich glaube, ich brauche nicht viel dazu sagen, weil diese Karte wohl jedem sehr bekannt ist. Platz Nummer 1 haben wir Play Store's B-Set First Edition Englisch, welche 30.000$ bis 40.000$ kostet. War natürlich klar, dass diese Karte hier auf Platz 1 ist. Welche Karte hätte es sonst sein sollen? Ja, extrem populär, extrem beliebt, auch extrem seltener und auch hier haben wir einfach bei den B-Set Karten das Phänomen, dass auch sehr wenig neu gecredite Karten hinzukommen. Wenn ihr mehr Top 10 Pokémon sehen wollt, dann schaut mal hier. Ich habe ein paar Videos verlinkt. Liked das Video, lasst ein Abo da und wow Leute! Also.